Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings, aktuell eins meiner Lieblingsspiele. Und zwar, ich weiß es gerade nicht mehr, ich habe jetzt nicht gezählt, ob ich mich in der, weiß ich nicht, 40. Aufnahme befinde. Ich glaube, ich sitze jetzt hier schon ein paar Stunden dran, über mehrere Tage verteilt und ich kann nicht aufhören. Ich suche wieder mal ein paar freie Minuten, um so ein, zwei Folgen, also so ein, zwei Stunden spielen zu können und euch die dann zu präsentieren. Zumal ich ja auch wirklich neugierig bin, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Falls ihr euch erinnert, die letzte Folge, in der letzten Folge, wir sind immer noch im Kampf oder in einen Krieg oder mehreren Kriegen eingebunden. Was unseren Schwiegersohn betrifft, der ist König von Bulgarien und der versucht sich als König zu behaupten, da hat aber eine Herzogin was dagegen und wir versuchen ihn dort, so gut es ist, zu unterstützen. Wir haben für ihn auch schon einige Kriege gewonnen tatsächlich, eher so kleinere Scharmützel, die die Gunst der Stunden nutzen wollten, um sich von Bulgarien loszusagen zu befreien oder Grafschaften zu erobern. Das konnten wir mit unserer Armee abwehren, allerdings stehen wir jetzt dem letzten Kampf immer noch gegenüber und das sind, dieser Krieg tobt jetzt schon seit sieben Jahren und es sieht nach wie vor nicht gut aus. Noch immer hat die Herzogin, das ist Troikana, so heißt die, 7900 an Truppen, denen nur 2900 Truppen von uns gegenüberstehen, inklusive unserer eigenen. Und wenn wir uns das mal ansehen, wir selbst haben 2600, das heißt, unser Schwiegersohn alleine hat aktuell nur 294, also der ist komplett, der ist komplett weg, wenn man das so möchte, militärisch. Und wir sind die einzigen, die es hier noch gibt. Das ist die eine Herausforderung und die zweite ist, wir wollen eigentlich ein bisschen was mit unseren Ikea machen. Wir würden gerne, ich würde gerne versuchen, die Weichen für die Zukunft zu stellen, also nicht nur für unseren ersten Sohnes Konstantinos, unseren Erben, der auch das Königreich Nikea bekommen wird, sondern auch für unsere anderen beiden Söhne. So, wir sind aber hier gerade gebunden. So, und schauen wir uns doch diese Geschichte mal an hier. Wir sind auf dem Weg nach oben. Warum sind wir jetzt endlich auf dem Weg nach oben? Wir schauen uns das mal an. Komplett rot. Also die Hauptarmeen befinden sich hier unten. Hier sind zwei Armeen stationiert. Und eine, nee, zwei Armeen versuchen hier gerade die nächste Stadt zu erobern. Ah, was machen wir, um jetzt unseren Schwiegersohn so gut wie möglich zu unterstützen? Die Wallachai ist ja mit bei. Die Wallachai hat ja in diesen Kampf mit eingegriffen. Und wir könnten versuchen, diese Baronie Polovragi zu belagern. Nee, komm, weil... Nee, das schaffen wir nicht. Wir werden als erstes diese Baronie erobern müssen. Vielleicht schaffen wir das. Ziehen wir mal rein. Mal sehen, was die machen. Mal sehen, was die anderen hier unten machen. Ach, das wird auch so gut wie verloren sein. Jetzt treten die Verbündeten bei. Nee, ich glaube ich, wir müssen versuchen... Na, da verlieren wir zu viel. Da verlieren wir 200 an Aufgeboten. Aber wir müssen versuchen, das zu tun. Es nützt nichts, es bringt nichts, etwas zu erobern. Wir müssen versuchen, mit Verlusten, hier diese Eroberung des Hauptsitzes unseres Schwiegersohnes zu verhindern. Um überhaupt den Krieg noch zu retten. Und was haben wir denn hier? Wir erhalten den Vorzug... Nee, 5% Wahrscheinlichkeit, dass wir feste Hand erhalten. Bei meinem Nachmittagsspeziergang durch die Straßen von Prusa kommt mir meine Tochter Basilike entgegen. Vater! Sie fing gerade an, aufeinander einzuschlagen, als... Okay, das hatten wir schon mal. Inspiration-Ränkespiel-Themen. Mein begünstigter Simon kommt auf mich zu. Die Arme voller Schriftrollen und Manuskripte. Mein Fürst, es gibt so viele Bereiche im Ränkespiel, die Aufmerksamkeit verdienen. Komplotte, Verführung, Manipulation. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und was für eine epische Musik dazu. So, wer ist... Das ist ein Höfling von uns. Aber der hat 20 an Ränkespiel. Ich möchte allen immer einen Schritt voraus sein. So, ich möchte, dass mir die Frauen zu Füßen liegen. Nach welchem Thema sehnt sich eure Muse? Wir lassen das mit ihm mal frei entscheiden. Weil wir sind Ränkespiel-mäßig gar nicht gut drauf. Das soll er alleine machen. So. Wir haben hier einen Krieg gewonnen, ohne einzugreifen. Das ist unser Anderverbündete gewesen. Falls ihr euch da dran erinnert. So. So, wir müssen... Ah, jetzt sind wir in der Schlacht gefangen, leider. Aus Versehen. Wir werden die zwar besiegen. Jamil wurde... Ah. Ich glaube, wir haben noch das Beste erwischt, was wir erwischen konnten. Wir sind zwar immer noch im Kampf drin. Weil wir in eine feindliche Armee gerannt sind. Die mit dem Krieg hier gar nichts zu tun hat. Aber wir können hier unten mit Auflösen sofort alles abbrechen. So. Unser König Bernhardin von Bulgarien angeführter Krieg gegen unsere Herzogin Stoikana, der heißt Sporn, von Bulgarien ging ohne Ergebnis zu Ende. Hui. Der umkämpfte Titel bleibt bei König Bernhardin. Das ist gut. Eine Titelaberkennungsgrund wird gegen alle aufständischen Vasallen vergeben. So, so sei es. Okay, der Krieg ist hier auch zu Ende. Okay. Damit können wir auch wirklich alle Armeen auflösen. Na, besser hätte es das gar nicht sein können. Das königreiche Bulgarien bleibt bestehen. Schauen wir mal unseren König an. 1451 hat er wieder an Truppen. Ist ziemlich stark mitgenommen. Ist auch schon vernarbt. Mit seinen 30 hat er sich leider dem Alkohol hingegeben. Der ist ein Trunkenbold. Und ist reizbar. Ist reizbar geworden. Lebenswandel Schwerpunkt auf Versuchung. Okay. Das mag ich gar nicht. Das mag ich als Schwiegervater gar nicht. Wenn der sich der Versuchenden geben möchte. Der soll ihr fälligst meine Tochter verführen und keine anderen. Ich brauche Enkel. Und zwar Enkel. Die zwar nicht zu unserem Haus gehören. Aber die wir vielleicht irgendwann mal zurückholen können. Die haben nämlich gute Eigenschaften. Duften sie auch alle haben. Ne, fast alle. Die ist robust. Das ist gut. Und die ist es jetzt mit dem zweiten. Mit Prinz Vasili. Der hat es nicht. Der hat es nicht. Okay. Super. So gucken wir mal, wie die derzeit die Lage ist. Wir können von unseren Glaubensoberhaupt um Ansprüche bitten. Geld wollen wir nicht haben. Unser Sohn Hans, das ist der zweite, kann heiraten. Jawohl. Hat der denn seine Ausbildung jetzt schon beendet? Ja. Der ist ja ein Fähr-Taktiker. Der ist ja ein bisschen besser als unser erster Sohn. Und Prinz Hans. Eine Menge Ansprüche. Dispot. Dann den Anspruch hat er klar. Der hat auch einen Anspruch hier auf das Herzogstum von Anatolikon. Und da möchte ich hin. Da möchte ich tatsächlich hin. Der soll, der soll auf lange Sicht Anatolikon bekommen. So. Schauen wir doch mal. Kann ich das hier irgendwie? Ne, das kann ich nicht schieben. So, gucken wir gleich. Gucken wir gleich rauf. Wir werden erst mal das, was wir an Lösegeld bekommen können, machen. Ach so, der bedenkt schon einen Vorschlag. Sohn und Erbe hat die Bande, die ihr ändern könnt. Okay, wir können aufgrund eines Druckmittels, können wir höhere Feudalsteuern oder ähnliches bekommen. Aber das wollen wir nicht unbedingt. Aber damit muss ich mich nochmal beschäftigen. Wir können hier ein bisschen mehr noch machen. Also ich möchte hier nichts irgendwie auf hoch setzen oder niedrig setzen. Er soll weder Meinung verlieren, noch wollen wir ihnen viel schenken. Ihr seid nicht dieses Versallen rechtmäßiger Lehnzehr. Ach so? Wer ist denn der rechtmäßige Lehnzehr? Ach, das ist wahrscheinlich ein Herzog. Das ist nicht weiter schlimm, oder? Der hat aber 100% Meinung von uns. Kriegsnaffolgerechte Zwangsteilung. Der Vasall kann kein anderes Nachfolgerrecht außer Erbteilung haben. Der Vasall wechselt. Das ist Tyrannei. Das wollen wir aber nicht. Das geht. Die Meinung erhöht sich. Geschütztes Titel-Aberkennungsrecht. Der Lehnzehr kann die Titel vom Vasall nicht aberkennen. Das kann ich machen. Oder Ratsrechte garantiert. Okay, wenn er im Rat ist, dann bleibt er auch drin. Ich kann das nicht aberkennen. Kriegserklärungsrecht gebilligt. Der Vasall kann den Krieg unabhängig von der Lehensautorität des Lehensherrn erklären. Aha. Da freut er sich wahrscheinlich auch. Genau. Das ist dann auch möglich. Und hier oben, ich kann die Feudalsteuern erhöhen oder niedriger setzen. Damit kann aber entweder der Vasall eine bessere Meinung von mir haben. Oder ich kann mehr Steuern kriegen. Oder hier die Feudalaufgebote meiner Armeen können höher oder niedriger sein. Und auch hier ist wieder umgekehrt die Meinung des Vasallen zu uns. Aber ich möchte das gerne so lassen. Wir werden, bevor wir uns Hans zuwenden, unseren Sohn Job, den Intelligenten, den Intelligentesten von den dreien, unterrichten. Eingestellt ist auch hier Kriegsführung, der ist herrisch. Na, das ist toll. Der hat in Verwaltung einen Grundwert von vier. Und bei Kriegsführung eins. Nur durch Intelligenz hat er hier plus drei und herrisch nochmal plus eins. So kommt auf die sechs. Eigentlich ist das ja top. Ist das top mit den, mit der Verwaltung. Und ich unterrichte ja schon zwei. Wir haben bei der Verwaltung aber nicht unbedingt die Bestwerte. Wir haben noch jemanden bei der, ähm, bei der Kriegsführung mit 19 und bei der Verwaltung mit 16. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, wartet mal, ich habe eine Idee. Wir können ja mal bei unseren, der hat fünf. Wir können ja bei unseren Kaiser gucken. Ich würde mal gerne jemanden finden, der hat auch fünf. Ganz schlecht. Jemanden finden, der, der gut, der sehr gut in Verwaltung ist. Wenn wir da überhaupt jemanden haben, aber nicht am unseren Hofe. Gibt es hier irgendjemanden, zumindest zu den Verbündeten? Na, den nehmen wir mal nicht. Och, der hat auch eine gute Meinung von uns. Der hat aber auch nur eine 10, 24 bei Ränkespiel. Das wäre vielleicht auch was. Ein Ränkespiel ist herrisch. Nee, herrisch, glaube ich, reizend müsste man sein. Ne? Um in Ränkespielen Vorteil zu haben. König von Serbien. Der hat 10, aber da haben wir keine Verbindung zu. Obwohl der eine gute Meinung hat und verschreckt ist. Der hat auch eine gute Meinung, obwohl wir gegen den gekämpft haben. König der Wallachai. Eine Riese. Können wir uns mal in die andere Richtung wenden? Hier werden doch bestimmt ein paar gute sein. Suchen wir mal im Osten. Oder hier. Können wir hier irgendwas machen? Oh, der ist Herkules. Der hat eine extrem gute Gesundheit. Der ist aber schlecht in Verwaltung. Und hier Sultanat 17. Was ist denn hier oben? Hier oben hat sich ein Reich. Nee, wir haben was erobert. Schaut mal an. Der ist ein bisschen größer geworden hier. Das byzantinische Keiler ist eigentlich ein bisschen größer geworden. Lassen wir es. Ich glaube, wir finden kaum irgendwelche besseren Leute, als bei uns unseren Sohn zu unterrichten. Prinz Abraham. Das ist der Gute. Intelligent und wohlgestaltet. Ah, der ist feige. Von wem wird der denn unterrichtet? Nicht von uns, ne? Der hat einen anderen Vormund. Der hat Helias. Der hat natürlich tolle Eigenschaften. Tapfer, demütig und ehrlich. Und sein... Unser Sohn... Unser Sohn ist sadistisch. Besonders sündhaft. Und feige. Worin wird er unterrichtet? Der wird in Kriegsführung unterrichtet. Und hat da fast den schlechtesten Wert. Weil er feige ist. Den besten Wert hat er noch in... Grundwert. Hat er noch in Verwaltung. Wir werden mal Folgendes machen. Können wir den Ausbildungsschwerpunkt ändern? Auf Verwaltung. Jawohl. So. Dann wird... Der ist feige. Haben wir jetzt verändert? Wir werden einen... Den Vormund entfernen. Und dann wird er einen neuen Vormund bekommen. Der in Verwaltung unterrichtet. Bernadino. So. Dann soll er mal da bleiben. Und wir wollten ja unseren Enkel unterrichten. Na? Genau. Job. Der unser Enkel. Der kann unterrichtet werden. Da dachte ich erst. Das ist der Sohn. Das ist ja der Enkel. So. Und den... Werden wir auf Kriegsführung belassen. Und können jetzt... Den können wir auch unterrichten. Den können wir mit unseren 22 unterrichten. Also wir... Dann bleiben wir dabei. Dann machen wir das. So. Und jetzt... Kommen wir zu Hans. Hans kann heiraten. Da ist der Kriegerorden verfügbar. Das wollten wir machen. Da kommen wir danach gleich dazu. So. Wir möchten wieder eine vererbliche Eigenschaft haben. Vererblich. Das ist schon mal wichtig. Wir machen mal wieder Relevanz. Eventuell haben wir... Ah. Wir können ja Ansprüche an Herzogstümern. Oh. Das ist irgendwo in der France. Das ist irgendwo in Toulouse. Französisch. Und suchen hier mal eine schöne Frau. Da haben wir hier was hübsches. Welche Eigenschaft hat er eigentlich? Er ist schlau. Das ist ein zweiter Sohn. Wir haben hier eine fruchtbare. Statt Greifen steigen. Fränkisch. Oh, hier. Hier haben wir auch ein Haus. 20. Die ist wandernd. Naya Yandevi. Sina. Die scheint... Bengalisch. Die scheint aus Indien zu kommen. Wollte ich gerade sagen, so wie die aussieht. Ist nicht nur eine hübsche, sondern die ist auch kerngesund. Bengalisch. Hat auch ein bisschen was an Verwaltung. Der ist so gut. Genauso wie ein Renkespiel. Könnte also unseren Sohn toll unterstützen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen, nur moderat. Und unser Sohn verliert 300 an Prestige. Aber unser Ehepartner oder die Ehepartnerin gewinnt dann 700 dazu. Die 300 kann er sich sogar leisten. Dann ist er nicht im Minus. Na, die sieht doch aber hübsch aus, oder? Die könnte passen. Haben wir noch jemanden an? Die merken wir uns. Wir suchen mal nochmal jemanden an. Also ist ja von der Relevanz hier ziemlich weit unten. Aber wir können ja nochmal weitersuchen. Hier haben wir Herkules. Aber die hat schlechte Werte. Der beste Wert ist durchschnittlich bei Verwaltung. Oh, das hier. Das ist eine wunderschöne. Die ist aber eigenwillig, unersättlich und zylisch. Extrem schlechte Werte. Die ist aber in Renkespiel 23. Hoch. Die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen, ist hoch. Unser Sohn verliert aber 400. Heiratet die jemand Landloses? Die ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das sind diese wunderschönen. Die sind meistens dann richtig gut in Renkespiel und wären wahnsinnig. Nee, das sind die Intelligenten. Das sind die Genies. Die Genies, die wären wahnsinnig. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir uns ein Paar... Ja, die ist hier zwar wunderlich schön, hat aber schlechte Werte und hat Liebesbläschen. Das ist schade. Dann haben wir hier... Also hinten kommen ja diese Landlosen. Haben wir eine schwäbische Schönheit. Ah, hier hinten kommen die ganz Hübschen. Aber die ist 32. Die ist hübsch und kerngesund. Aber eine 33-Jährige. Also da ist die Auswahl schon sehr groß. Und jetzt kommen wir langsam nach hinten hin zum Inzest. Und das wollen wir nicht. Noch nicht. Noch nicht. So, noch wollen wir uns jetzt hübscher von außen reinholen. Na, hier haben wir noch mal eine intelligente. Klara von Leibrechtskirchen. 28 ist die bayerisch. Klara von Leibrechtskirchen. Moderat. Nee. Moderat nicht. So, ich würde schon gern bei der... Naja, die ist wohlgestaltet, ne? So. Also, wollen wir was wagen mit Eupraxia. Die hat zwar nur, nur eine Eigenschaft, eine wunderschöne. Aber dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit, die Chance auf Kinder hoch ist. Also, die passen schon so ein bisschen zueinander. Was ist der denn? Ungeduldig, nachsichtig und mitfühlend. Oh Gott. Vielleicht noch schüchtern dazu. Heiratet. Also, Gegensätze ziehen sich an, ne? Oder? So, dann haben wir schlau und wunderschön, die hier reinkommen könnten. Das machen wir. Das machen wir. Er wird uns hassen, der Sohn. So. Jedenfalls haben wir das erledigt. Kriegen können wir erklären. Machen wir erstmal noch nicht. Dazu kommen wir gleich nochmal. Dann haben wir das. Und dann wollen wir einen Kriegerorden gründen. So, wir können... Ach, äh... Baronie. Wartet mal. Wir können... Wir können eine Baronie nehmen. Oder wir können Städte nehmen. Ich habe vor, eine Stadt zu nehmen. Bevor ich das mache, würde ich mir aber gern die verfügbaren Städte bei uns ansehen. Wer ist denn eigentlich ein schwieriger Bürgermeister? Ein Bürgermeister, den wir nicht brauchen können. So, liebe Bürgermeister. Jetzt kommt doch mal... Hüfflinge. Äh, Vassalen. 17 Vassalen haben wir. Kann man das nicht ein bisschen größer machen? So, dann schaue ich mal kurz durch. Äh... Ein Duxengraf. Eine Menge Grafen. Haben wir überhaupt einen Bürgermeister? Hier haben wir einen Bürgermeister. Also Bürgermeister Alexios. Der ist gut. Der ist gut. Und verschreckt. Der ist... Der obere ist auch Ratsverwalter von uns. Ist das ein guter? Ja, der hat 18. Eine Verwaltung. Der ist gut. Den Bürgermeister Kaisaros. Den würde ich auch behalten. Der hat eine Verwaltung 15. Hier haben wir einen ganz schlechten. Der Bürgermeister von Kützikos. Kützikos hat schlechte Werte. Kübele, die Bürgermeisterin selbst, hat 16 in Diplomatie. Der ist so gut. Und dann haben wir noch einen letzten Bürgermeister. Der hat sogar eine Verwaltung ausgezeichnet von 22. Den werden wir auch behalten. Wir werden mal hier die Nulpe... Die Nulpe werden wir rauswerfen. Ich zeige euch das nochmal so. Der hier. Wenn diese Stadt angeboten wird. Und zwar... Kützikos. Dann geben wir Kützikos den Ritterhorn. Oder die Werte hier. Ja. Ja. In der Zwischenzeit. Ja. So. Ihr erhaltet fünf Jahre gründeten Kriegerohren. Prestige. Nee. Frömmigkeit gewinnen wir dazu. Und der Patriarch Emanuel. Die wichtigste Person. Quasi im oströmischen Reich oder im byzantinischen Reich. Man möge mir verzeihen. Alle Katholiken mögen mir verzeihen. Ähm. Sowas wie der... Ähm. Äh. 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 Ja. Bin ich jetzt... Bin ich jetzt dusselig? Leute? Das kann ja nicht wahr sein. Geht euch das genauso, dass ihr manchmal auf die einfachsten Worte nicht kommt? Wie der Papst. Der Patriarch ist ja hier im orthodoxen Bereich sowas wie der Papst hier in Rom. Ne? Für die Katholiken. Jetzt kann ich wohl so. Ja. Toll. Immer bei den Live... Nicht den Liveaufnahmen. Immer bei den Aufnahmen. Ja. Der hat seine Brille. Was? Papst Sergius. Der Gierige. Von niedriger Geburt. Aber das sollte uns nicht weiter stören. So. Also. Nochmal. Wir setzen Kyzykos als Stadt ein. Wählen das aus und gründen einen Kriegerorden. So. Wir haben gegründet einen orthodoxen Kriegerorden. Mit eurer Unterstützung gründete Großmeister Hippolytos den Kriegerorden mit Namen Bruderschaft vom Heiligen Grab. Das ist er. Der hat 1111 an Truppen. So. Was ist das für einer? Natürlich ein religiöser Eiferer. Ich habe das Spiel noch gar nicht laufen lassen, oder? Er ist rachsüchtig. Das ist aber sündhaft. Und er ist zornig. Passt also wunderbar. Er ist auch ein fähiger Taktiker. Ein Expert für unwegsames Gelände. Und ein Ordensmitglied. Was ihn nochmal im Kampfgeschick und in Kriegsführung was obendrauf gibt. Der kann aber keine Tide lehren. Und darf erben und darf nicht heiraten. Ist aber 28. Also das sollte eine Weile gehen. Ja. Dann haben wir Kützikos. Wo haben wir denn Kützikos? Schauen wir uns mal die Flaggen an. Irgendwo muss das doch sein, ne? Wo haben wir denn die Stadt Kützikos? Zeigt er das Wappen gar nicht an? Das ist Helge. Haben wir hier unten. Kübele. Wo haben wir denn die Stadt? Die muss ja in unserem Bereich sein. Hier oben haben wir das. Kützikos. Ah. Wenn wir ranzoomen, dann zeigt er das. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind unsere genau Besutztümerdomänen. Ah. Und dann zeigt er Kützikos mit an. Haben wir auch gleich Aufgebote erhalten. Genau. Super ausgebaut. Kann nicht weiter ausgebaut werden. Verpächter sind wir. Pacht aber, Kenneth, werden wir auf keinen Fall tun. So, und jetzt lassen wir das Spiel mal ein paar Wochen weiterlaufen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Ich nehme den vor. Ich nehme die vorschlagene Heilrad an. Euer Sohn Hans. Jawohl. Kann heiraten. So, haben wir hier wieder was? Ja, wir können die Letzteren auch noch gegen Lösegeld raushauen. Und dann habe ich gesehen, haben wir noch eine ganze Menge Gefangene. Noch sechs Massenaktionen können wir nicht machen. Die werden wir alle nicht gegen Gold los. Schauen wir uns noch mal kurz an, ob wir hier einen schönen Ritter bekommen können. Der interessiert uns nicht. Wir lassen den frei. Henker beschäftigen. Wir können, den wird er nicht annehmen. Bekehrung wird er nicht annehmen. Aber gegen schwaches Druckmittel können wir den rausfeuern. Dann haben wir den nächsten hier. Das ist ein guter Arzt. Den werden wir an unseren Hof rekrutieren. Den haben wir als nächstes. Ein Jakob. Den können wir nicht gebrauchen. Was können wir denn hier noch machen? Wir können ihn in den Kerker verlegen. Achso, der ist am Hausarrest. Okay. Wir können ihn entmannen. Dann wird er zum Oinuchen. Oder wir können ihn blenden. Das geht auch. Was? Wir können ihn entmannen? Was bringt uns ein Oinuch? Ah, der gewinnt an Verwaltung. An Ränkespiel und Bildung. Das erinnert mich schon wieder an Games of Shown. Muss ich ehrlich zugeben. So, Anziehungsmeinung natürlich. Minus 20. Kann keine Kinder haben. Keine Titel. Darf nicht heiraten. So. Philippos wurde vorsätzlich entmannt. Wer ist Philippos? Ist das einer von uns? Ne, wir lassen ihn, entlassen ihn gegen ein Druckmittel. So, wen haben wir da? Er ist ein Jan Schlechter. Er hat schon eine Tochter. Ne, ein Sohn. Konrad. Sah wie eine Tochter aus. Er hat eine schlechte Meinung von uns. Freilassung verhandeln. Schwaches Druckmittel entlassen. So, wen haben wir da? Ein obskures Haus. Haus Maurikius. Die ist verlobt und wahnsinnig. Naja, gerecht, maßvoll und keusch. Können wir auch nicht gebrauchen. Kann man da auch mehr machen? Ne, die kann man. Zwei weitere sind da in den Haus errastet. Oder blenden. Genau. Ansprüche abschwören. Aber warum? Hat nichts mit uns zu tun. Die entlassen wir mal nur gegen ein Druckmittel. Und da war die letzten hier. Hier, flexibler Anführer. Reisender. Brillanter Stratege. 19 ist auch ausgezeichnet. Aber ein schwacher Kämpfer. Oder. Was ist denn hier oben? Geisel fordern. Ah, okay. Drei weitere. So, er hält die. Verlässt den Kerker. Naja. Komm, dann hat er ein Ränkespiel 19 anstatt 17. Genau. So, jetzt ist er entmannt. Jetzt kann er als Eunuch umherrennen. Wo ich das gemacht habe, weiß ich jetzt auch nicht. Entmannt. Aber musstet ihr mal testen. So, okay. Der Gefängniswärter zehrt Justinianius in die Kammer, der völlig panisch ist. Bitte, ich werde alles tun. Alles, was ihr wollt. Er wurde unterbrochen, als der Gefängniswärter ihn geknebelt auf den Tisch festschnallt. Es mag barbarisch erscheinen, sage ich, als der Arzt sein Werkzeug bereit macht. Doch es geht hier um die Standhaftigkeit des Reiches. Glaubt mir, euer Leid macht mir keine Freude. So, er hält ein Jahr lang unlängst entmannt, heißt ein Gesundheitsmalus. Er erhält Anspannung und verlässt den Kerker. 5% Wahrscheinlichkeit, dass er die, dass er die Eigenschaft wahnsinnig erhält. Okay. Okay. So, okay. Jetzt verlassen die erstmal alle mein Gefängnis. So, dann sind sie raus. König Olive hat die Hofsprache verändert. So, euer Freund Antonio ist verstorben. Wer war Antonio? Hatte der irgendwas? Der war wahrscheinlich... Nee, der war nicht in der Verwaltung. Ich glaube, der hat für uns ein Artefakt angefertigt, oder? Und wir haben Anspannung erhalten? So, jetzt sind wir wieder kurz vor dem Kollaps. Oh, hier werden Jagden abgehalten. Zwei Stück, drei Stück. Eine Prachthochzeit. Wartet mal, ich muss mir mal den Dux angucken. Das hatten wir noch nicht. Wir dürfen an einer Prachthochzeit teilnehmen. Hüflink. Der heiratenden Hüflink. Herzogstum von Tessalochini. 100% Meinung hat er. Wir haben noch nie an einer Prachthochzeit teilgenommen. Das werden wir mal tun. Wo ist denn das? Ach, hier hinten. Okay. So. Aktivitäteneinladung Jagd. Und Jagd von Pavlos. Na, das machen wir nicht. Also unser Sohn, der veranstaltet auch noch eine Jagd. Aber wir werden mal zur Hochzeit wandern. Was gibt's so noch? So, der kleine Glockenbecher hat eine niedrige Haltbarkeit. Den reparieren wir ruhig. 38. Das können wir machen. Die Glaubensansprüche, also Geld nehmen wir nicht. Wir bleiben hier bei der Frömmigkeit. 2993 an Truppen haben wir schon. So, und jetzt gehen wir auf Reisen. Regentschaft. Wer ist denn Regent eigentlich? Moment. Ah, okay. Unser Sohn ist auch Regent. Der ist immer noch verwundet. Ich hoffe, der verliert jetzt bald seinen Malus. Und Justina und eine Enkelin ist geboren. Hier unten. Schau ich mir drauf. Hier, da ist sie. Brauchen wir auch. Das ist unsere, aktuell unsere Nacherben. Also wenn wir den Charakter hier spielen können, heißt das. Und wie ist die drauf? Er war ja schlau. Sie ist intelligent. Hat sie das geerbt? Jawohl. Sie hat die Intelligenz ihrer Mutter geerbt. Das ist gut. Das ist gut. So, weiter geht's. Diesmal habe ich daran gedacht, mich wieder in die Ecke zu setzen. So, was haben wir hier? Das schüttelt schon wieder in den Kopf. Aber, ah. Wir gewinnen an Anspannung, wenn wir, es ist schon wieder diese Geschichte hier mit den, äh, weiser Mann ist das. 21 an Bildung. Ist eine Hexe. Das ist ein Verbrechen. Wir sind ein religiöser Eiferer. Also es muss ja schon übel bei uns aussehen. Ich habe ihn hinrichten lassen. Aber auch nur, weil ich ein religiöser Eiferer bin. Und das ist leider gerecht. Zumindest in der damaligen Zeit. Sag mal, wie viele Leute habe ich denn eigentlich hier schon? Ich habe drei um die Ecke gebracht. Drei Leute. Wurde auf den Scheiterhaufen verbrannt. Wurde auch auf den Scheiterhaufen verbrannt. Und der dritte wurde auch auf den Scheiterhaufen geworfen. Zwei davon waren Hexer. Und bei den dritten weiß ich es jetzt gar nicht. Aber ich habe da tatsächlich schon drei auf den Gewissen. So. Dann schauen wir uns doch mal die Hochzeit an. Das ist ein neues Event. Hatten wir noch nicht. Wir warten auf Aktivitätsgäste. Erstmal Pause machen. In sechs Monaten beginnt das. 44 Verbrechen. Es sind 79 Gäste geladen. Also richtig groß. So. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. So. 3200 an Truppen. So. Kriegerorten breitet sich aus. Yay. So. Regent lässt die Waagscheine der Macht gegen euch ausschlagen. Und er setzt Frömmigkeit ein. Weil er egoistisch ist. Er ist egoistisch. Hm. Hm. Naja. Das können wir auch positiv sehen. Während wir weiter schauen. Ah, der hat ein Kampfgeschick schon von 25 durch diese Ausrüstungsteile, die er von mir bekommen hat. Er ist ehrgeizig. Ah, er ist ehrgeizig. Das ist natürlich, äh, das Problem, ne? So. Okay. Dann ist es aber so. Der Kriegerorden, der würde mich nochmal interessieren, hat Baronie von Samus an einen Kriegerordenbruderschaft verpachtet. Ach so. Oh. Okay. Der hat ja mit uns nichts zu tun. Der nutzt jetzt... Ach, das geht, ja. Hm. Das geht. Dann ist es so. Ich glaube, ich, dieser, der, äh, der Kriegerorden, der kann aber, den wir gegründet haben, was? Wieso hat denn der nur noch zwei? Der hatte doch 1000 an Truppen. Baronie von, genau, und jetzt hier diese... Hier steht, das ist ein Fehler. Denn hier stehen 1100 und, äh, 1113 an Truppen. Und, äh, der hat jetzt allerdings hier nur die drei, äh, Ritter angezeigt, so wie das aussieht. Zeigt er das an? So, da ist es. Hier. Ach ne, das ist ja die Hauptstadt. Oh, was ist denn das? Ach, Bauernaufstand wahrscheinlich. Na gut, dann ist es so. Der breitet sich aus. Und nicht nur bei uns. So, ähm, ein Ziel von uns, während wir auf, äh, Machtmissbrauch. Stimmt. So. War jetzt aber zu unseren Gunsten. Unser Sohn nutzt das ganz schön aus. Also nein. So. Werden wir aber mal schauen, was wir machen müssten, um unseren... Um Anatolien zu gründen. So. Oh, Inspiration, die Unentschlossenheit in Person. Ich laufe einen sehr grimmig reinblickenden Simon und hoffe, dass er keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeit Buch hat, die bald fertig sein soll. Oh, da seid ihr, Herr Lehnsherr. Es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht. Als der Druck immer größer wurde, lachte er nervös auf. Ich brauche nur mehr Inspiration. Mächtiger Despot, hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte. Auf zur Bibliothek. Oder ich weiß, was ihr braucht. Dieser Vorzug ist da, weil wir Jäger sind und einer eifrigen, frohen Natur. Oder wahre Inspiration kommt von innen. Äh, das nehmen wir mal nicht. Also wir können in der Bibliothek jetzt noch irgendwas suchen. Da haben wir aber nichts, ne? Wir haben keine Bücher, die wir da verschwenden können. Oder wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen das hier. Zu 40 Prozent, oh, das ist eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass nichts oder weniger passiert. Und nur eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Buch Fortschritt erhält. Wander mir mal zur Bibliothek. Das ist mir zu wenig. So, was ist denn das hier? Verbrechen und Strafe. Wir haben doch was. Wir haben das hier. Wir haben ein Buch, was damals Boris Lava geschrieben hat, um was uns natürlichen Schrecken gibt und Prestige. Das haben wir auch ausgestellt, glaube ich, ne? Ne, unseren Hof. So, das Artefakt wird... Moment. Das Artefakt, das durch die... Wird zerstört, ne? Mit einer letzten Anstrengung platzten Simon und ich in meine staubige Bibliothek hinein. Einen Ort, den ich kaum betrete, weil es in den Regal... Ne, weil es in der Regel... Nicht Regal. Weil es in der Regel keinen Anlass dafür gibt. Der Autor hält beinahe ehrfürchtig inne, als hier eins meiner Artefakte untersucht. Ah, sehr schön, Linz, ja. Blätter. Könnte, könnte ich das verwenden? So. Ja, es wird vernichtet. Genau, es wird vernichtet. Ähm, nur ansehen. Nur ansehen. So, das will ich nämlich behalten. So, was? Wie jetzt? Mein Fürst! Ich komme gleich dazu. Mein Fürst, sagt mein begünstigter Simon, lachend und mit tintenverschmierten Händen gestikulierend. Mein Buch, mein Meisterwerk ist fertig. Seht selbst. Eine einschüchterne Sammlung aller Formen der Folter, die in unserer Zeit bekannt sind und nun mit freudigem Detailreichtum zusammengetragen und schlicht bebildert wurde. Der Deckel ist aus Holz und zeigt sich die wiederholende Malerei von einem majestätischen Vogel. Liebe Leute, er hat doch tatsächlich das Buch Verbrechen und Strafe geschrieben. Genau das gleiche, was die andere da vorher gemacht hat. Er hat es doch nur abgepinselt. Und dafür habe ich jetzt... Oh Gott. Was haben wir zusammen mit Disputat von Nikea geerbt? Ich bin beeindruckt. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es ist genau dasselbe. Okay. Können wir das zusätzlich ausstellen bei uns? Ja. Hier hinten ist das andere. Verbrechen und Strafe. Seht ihr das? Und jetzt packe ich das nächste Buch hier auch noch hin. Verbrechen und... Das ist genau dasselbe. Das eine... Das hier oben verliert noch nicht mal an... Das geht noch nicht mal verloren. Aber es ist eins zu eins das gleiche. Na jetzt hat es eine doppelte Wirkung. Jetzt hat es eine doppelte Wirkung. So. Ich habe 10 De Jure Grafschaften und bräuchte noch 7, um Anatolien zu schaffen. Und im Reich von Markus II. befindet sich noch... Jetzt muss ich mal schauen. Das Herzogstum. Gehen wir mal wieder hier hin. So. Wir können hier unten uns die Sache mal anschauen. Das sind 4 Grafschaften. So wie das aussieht. Oh. Der hat keine Sache mehr an. Der hat 2300 an Truppen. Hier 3300 sind was stärker. Ist aber verbündet mit einem anderen Dukes. Und hier haben wir noch eins. 1800 ist mit 2 verbündet. Mit 2 Grafen. Da sind mehr Grafschaften. Aber es sind 2 Herzogstümer auch. Aber das eine scheint nicht geschaffen zu sein. Oder? Das sind noch 2 Herzogstümer. Hier ist auch noch was. Ist aber auch nur eine Grafschaft. 900 an Truppen. Ist aber ziemlich viel, was wir brauchen, um noch ein zweites Königreich zu gründen. Aber das verstehe ich nicht. Herzogstum. Genau. Dann haben wir hier noch ein zweites. Ach, das ist hier das hier. Okay. So, Anatolion. Anatolikon haben wir ja. Und, äh... Ja, die sind auch... Naja. Kann man machen, ne? Ach, die sind mit denen verbündet. Tessalochini. Na, mit dem möchte man sich das jetzt auch nicht unbedingt verscherzen. Hier wird auch stark gekämpft. So, oder der hier nochmal. Der ist ja nur hier oben verbündet. Der hat aber 3000... Oh, der ist stärker. Dux Leon ist sogar stärker eigentlich als wir. Weil der hat allein jetzt schon 3481 und da fehlt ein bisschen was. Naja, nur durch unsere Verbündeten sind wir stärker. Aber ich möchte ja wegen solchen Auseinandersetzungen nicht unbedingt unsere Verbündeten mit reinziehen. Äh... Wir warten ab. Und halten unseren Sohn im Auge. Wir können uns ja, solange wie die Festvorbereitungen laufen, unseren zweiten Sohn anschauen. König Simones. Ach nee, das ist ja... Hm? Wie jetzt? Was? Was? Nochmal? So. Wir gehen bei uns rauf. Ach, Königin. Nicht König Simones. Königin. Die sah jetzt aus wie ein Mann. Ihr Schwister. Zurück. Präzense Pavlina. Wie geht's ihr eigentlich? Die ist landlos. Aber war schon vorher, ne? Ich glaube, ich war ja vorher schon landlos. Der ist aber gebrechlich. Die haben vier Kinder. Den haben wir doch nur genommen wegen den Eigenschaften. Intelligenz. Genau. Kurz mal war das. Der ist nämlich intelligent. Genau. Stimmt ja. Unsere älteste Tochter. Da hat die zweite Tochter, der ist wirklich besser. Ab mir fast. Ah, das ist die Wahnsinnige. Ne, die Besessene. Das ist die Besessene. Ach, Helas. Genau. Das ist der Prinz von Helas. Da ist immer noch der Vater am Werke. Mit seinen 55. Das ist auch eine reine Bündnishochzeit. Diese Enkel, die haben auch keine erblichen Eigenschaften. Okay. Enkel ist verstorben. Dann kommt unser Konstantinus, unser Sohn. Und dann kommt unser zweiter Sohn. Der ist landlos. Ja. Der ist von der Kriegsführung her gut. Und hat Ansprüche. Der hat nur auf das Herzogstum Anspruch. Aber nicht auf die Grafschaften. Der erbt eine Menge. Der sieht ja auch ein bisschen übelst aus. Den geben wir erst einmal noch nichts. Wen haben wir denn noch? Basilike. Die dürfte bald, die ist 13, die dürfte bald heiraten. Und dann haben wir den letzten Sohn. Prinz Abraham. Ah, da ist der Vormund Bernadino. Genau. Das ist sadistisch und feige. Ich glaube ich, die nächste Generation, das wird ein Kampf. Ich glaube ich, das komplette Reich Nikkeia wird wahrscheinlich verfallen. So. Okay. Ich hoffe, die Folge war diesmal nicht allzu langweilig. Ich habe ja doch ein bisschen mehr erzählt. Die Zeit ist nicht ganz so weit vorangeschritten. Aber ich hoffe, dass wir das dann in der nächsten Folge wieder mit aufholen. Bis dahin, macht's erstmal gut. Euer Beard Pi. Tschüss Leute.